hallo und herzlich willkommen hier ist meine vocke hier hier ja doch die bg hat kurz bedienen und dann geht los mit allen sammeln und allen verkaufen und taktos frei haben wir sagen warum einen schnellen taktor der berge so jetzt weder hier noch ein kriegen ich habe hier letzte die wiesen hier reingefahren mit dem sammelwagen und dann erst gemäht dann mit gepacktschritten extra gesammelt und jetzt bin ich raus ja jetzt aber vorwärts hier ja und dann alles mit vier abfahrern hier reingefahren und dann noch versuchten den bar zu verdichten hat aber ganz gut geklappt das klappt auch ganz gut und dank der anzeige kann man genau erkennen was drin ist ohne extra rangehen zu müssen ich habe es nur probiert um zu sagen und zu zeigen dass beides geht 80.000 gehen rein dann müsste alle vollkommen da müssen wir mit der mutter drauf machen die schritte auf ja das war schon so sehr gut so mit haben wird ja hier so strom verarbeitet unter einer flächenden gelb gemacht simpel und einfach so nicht hinten an eingestellt auf so einem großen gelb aber erst die wahlen die wir vor längerer zeit schon gemacht haben und die sind ja gerade mal frisch gepresst könnte ich nur ein langer am hof jetzt kriegt es ja nichts jeder oben da ich hoffe jetzt alle gerolliert sind jetzt kurz einmal aussteigen prüfen aber eigentlich müsste das größer sein ja kurz eingehen ins zelt wenn ich noch einer weiße gras ist ne oder wenn man nicht fertig ist das dürfte alles so sein ja ich wünsche mir alles schön samstag das wäre so weit das geschirr reicht in die erde rein ja ist alles konstruiert für das ebene gelände ne ja 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 also mal aber auch hier und hat wohl ja 600 Ball glaube ich waren es gewesen, 56 oder so ohne die alle nicht mitgezogen zu haben, die erst drüben liegen also da haben wir ein paar zugekommen ja, das ist nicht, da haben wir die Inhalt, ne? so drei noch die Lagerbahn bringt noch mehr Geld als Stroh ich glaube, wie viel die ist das sind 700 fast 8000 jetzt das ist voll hat doch die Bilanz ich werde mal gucken also September ist schon noch zu einem Tag und da waren es noch bis zu 4 und was sagen die Preise die Lage Biogosanlage 530 meine kost geht da auch was rein müsste auch verkehrt sein das darf normalerweise nicht sein nach dem letzten Patch aber es kann sein dass die Preise die Mission geht da nicht mehr hin glaube ich da haben wir noch Virusanlage ja hier Gasbrem lass mal liegen weil die Kühe nur Probleme dann produzieren die nichts Gas mit Gasbremsen ins und zu kriegen ohne Wiese fahren können nicht ups schillerweil mal gucken wie weit die Ballen jetzt hier sind irgendwann daneben schau schau nicht so weit mal gucken ne noch nicht so weit zwar nur halb Prozent aber es ist halt noch so ja so fast sieht schon etwa 70.000 Haut sie gut aus. Oh, keine Maisbahn hier. Leider. Oh, ja. Okay, oh, lange Zeit im Van. So. Hauen wir die Fahrer an. Jetzt wird sie beinahe vertreten. Ja, aber alle sind reichlich da, ne? 24 Mal Klimbühel gefahren. Ich muss gar nicht Mühe machen zum Rechnen. Ja, nächstes mal. Ich würde nicht runterfahren können, ne? Wird schon drauf. Ich würde nicht mehr so auf dem Rechnen, in der Regel einindig, war das, was, was ist es. Für die Fahrer hier habe ich wohl nicht mehr vertreten. Aber was ist, was ist es, was ist es, das ist. Und dann, wenn wir nicht mehr oder nicht mal die Fahrer sind. Und dann. Wenn wir einfach mal rein, Ich würde nicht mehr so auf dem Rechnen, ich würde nicht mehr verlieren. Ich würde nicht mehr mal mit der Wa SS-R-R-R positionen. und das ist schon vor der gewesen sein die kürze und beide vertreten soll auch morgen geht es weiter mit allen schönen restamstag und morgen schon mal schönen sonntag